Mit 70 oder 80 Jahren gehört das Leben längst nicht in den Ruhestand. Es bietet vielmehr die Chance, in jeder Hinsicht aktiv zu bleiben und neue Seiten an sich zu entdecken. Dabei kommt es weniger darauf an, was Sie tun, sondern wie Sie es tun. Mit einem Lächeln, einer Prise Humor und der Bereitschaft, jeden Moment auszukosten. Jede kleine oder große Aktivität zeigt Ihre Energie und macht Sie zu einer echten Inspiration für andere. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie beeindruckend das Älterwerden sein kann, wenn man es mit Leidenschaft und Leichtigkeit angeht. Fangen wir doch mal mit etwas Einfachem an, dem Spazierengehen. Klingt banal, oder? Aber denken Sie mal darüber nach. Jeder Schritt, den Sie machen, ist wie ein kleines Geschenk an Ihren Körper. Ihre Muskeln bleiben in Bewegung, Ihr Herz bekommt einen ordentlichen Schub und sogar Ihr Gehirn freut sich über die zusätzlichen Glückshormone. Ob Sie durch Ihren Garten streifen, den Park erkunden oder einfach mal die Straße hoch und runter marschieren, gehen bedeutet Leben. Es stärkt nicht nur die Beine, sondern auch Ihre innere Jugend. Und mal ehrlich, gibt es etwas Schöneres, als frische Luft zu schnappen und dabei das Gefühl zu haben, der Welt noch lange nicht leise Servus zu sagen? Dann sind da die Treppen. Ja, genau. Die Dinger, die man hoch und runter steigt. Für manche eine Hürde, Osa, für sie ein Beweis von Stärke. Jede Stufe, die Sie erklimmen, ist wie ein stiller Applaus Ihres Körpers. Gut gemacht. Es mag wie ein alltäglicher Vorgang erscheinen, aber in Wirklichkeit trainiert das Treppensteigen nicht nur Ihre Beine, sondern auch Ihr Herz, Ihre Ausdauer und Ihre Balance. Und wer weiß, vielleicht geben Sie Ihrem Nachbarn mit Ihrer Leichtigkeit beim Treppensteigen sogar ein bisschen zu denken. Ganz nebenbei zeigen Sie, dass Hindernisse im Alltag für Sie nur Gelegenheiten sind, die eigene Kraft zu feiern. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen in Ihrer Küche, schneiden frisches Gemüse, rühren in einem Topf und zaubern ein Essen, das Sie selbst zum Strahlen bringt. Klingt gut, oder? Kochen ist viel mehr als nur eine Notwendigkeit. Es ist wie eine Kunstform, bei der Sie nicht nur Ihre Hände, sondern auch Ihren Kopf nutzen. Neues auszuprobieren, Rezepte zu variieren und die richtigen Zutaten zu wählen, hält Ihr Gehirn wach und Ihre Geschmacksknospen glücklich. Und das Beste daran, jede selbstgemachte Mahlzeit ist ein Statement. Ich kann das und ich tue es für mich. Es ist ein Ausdruck von Selbstständigkeit, Kreativität und der Freude daran, für sich selbst zu sorgen. Ein scharfes Gedächtnis ist wie ein wertvoller Schatz, vor allem, wenn es darum geht, sich an Geburtstage, Termine oder andere wichtige Ereignisse zu erinnern. Wenn Sie dazu gehören, sind Sie ein echter Profi. Denn in einer Welt, in der viele sich auf ihr Smartphone verlassen, ist Ihr Gedächtnis der wahre Star. Es geht dabei nicht nur darum, pünktlich zu sein oder niemanden zu vergessen. Es zeigt auch, dass Sie geistig auf der Höhe sind und Ihre Mitmenschen zu schätzen wissen. Und mal ehrlich, wer freut sich nicht, wenn jemand noch genau weiß, wann der nächste Kaffeeplausch ansteht? Kleine Tipps am Rande. Lesen, Rätsel lösen oder etwas Neues lernen. All das hält Ihre grauen Zellen frisch und munter. Apropos Unabhängigkeit. Wie sieht's mit dem Autofahren aus? Wenn Sie noch souverän am Steuer sitzen, gehört Ihnen die Straße. Autofahren ist nicht nur eine praktische Fähigkeit, sondern ein klares Zeichen dafür, dass Ihre Reflexe, Ihre Konzentration und Ihre Koordination top in Form sind. Es bedeutet Freiheit. Sie können spontan entscheiden, wo es hingehen soll. Ob zum Einkaufen, zu Freunden oder vielleicht zu einem kleinen Abenteuer. Jeder gefahrene Kilometer ist ein Beweis dafür, dass Sie Ihr Leben aktiv gestalten. Und das auf Ihre ganz persönliche Weise. Das Leben in den 70ern oder 80ern ist keine Bremse, sondern ein Sprungbrett für neue Möglichkeiten. Es erfordert manchmal etwas Mut und die Bereitschaft, auch mal über sich selbst zu lachen. Aber genau das macht es doch so spannend. Mit jeder Herausforderung, die Sie annehmen, beweisen Sie, dass Alter nur eine Zahl ist und die wahre Stärke in Ihrer Haltung liegt. Sie inspirieren damit nicht nur sich selbst, sondern auch alle um Sie herum. Und mal ehrlich, wer braucht schon Superhelden, wenn es Menschen wie Sie gibt? Das Leben steckt voller Gelegenheiten, um Körper und Geist in Schwung zu bringen. Oft sogar auf ganz alltägliche, fast unscheinbare Weise. Viele dieser Aktivitäten entfalten erst bei genauerem Hinsehen ihr wahres Potenzial. Zum Beispiel das Autofahren. Es ist weit mehr als nur ein Mittel, um von A nach B zu gelangen. Jede Kurve, jede Entscheidung und jeder Verkehrsfluss fordert die volle Konzentration, blitzschnelle Reaktionen und strategisches Denken. Ihr Gehirn bekommt dabei ein regelrechtes Workout und das ganz ohne Fitnessstudio. Aber Autofahren bedeutet auch Freiheit. Die Freiheit, spontan loszufahren, Freunde oder Familie zu besuchen oder einfach nur den Moment zu genießen, während die Landschaft an ihnen vorbeizieht. Es ist ein Symbol für Unabhängigkeit, ein Stück Selbstbestimmung in einer Welt, die oft von Abhängigkeiten geprägt ist. Und wenn wir von Freiheit sprechen, gibt es keinen besseren Ort, um sie zu spüren, als den eigenen Garten. Hier wird die Natur zu ihrem Verbündeten. Die Pflege von Pflanzen ist nicht nur eine körperliche Tätigkeit, sondern auch Balsam für die Seele. Das Eintauchen der Hände in die kühle Erde, der Duft von frisch geschnittenem Gras oder blühenden Blumen, All das wirkt wie eine Therapie. Nebenbei trainieren sie ihre Muskeln, steigern ihre Beweglichkeit und schärfen ihre Sinne. Doch Gartenarbeit ist mehr als körperliche Bewegung. Sie lehrt Geduld, fördert Achtsamkeit und gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit dem Kreislauf der Natur zu verbinden. Jede neue Blüte, jedes wachsende Blatt ist ein kleines Erfolgserlebnis, das sie mit ihren eigenen Händen erschaffen haben. Und mal ehrlich, gibt es etwas Befriedigenderes, als zu sehen, wie etwas dank ihrer Fürsorge gedeiht? Weg von der Ruhe des Gartens hin zu einer ganz anderen Herausforderung, dem Einkaufen. Vielleicht klingt es banal, aber die Taschen voller Vorräte nach Hause zu tragen, ist tatsächlich ein echter Fitnessbooster. Sie heben, balancieren und bewegen sich dabei auf eine Weise, die Muskeln stärkt, die Haltung verbessert und die Gelenke geschmeidig hält. Während sie versuchen, die Milchpackung nicht auf den Boden zu werfen, trainieren sie übrigens auch ihre Koordination. Jede Einkaufstüte, die sicher in ihrer Küche landet, erinnert daran. Ich kann das selbst. Und dieses Gefühl der Selbstständigkeit ist unbezahlbar. Außerdem, wer braucht schon Hanteln, wenn man zwei randvolle Einkaufstüten hat? Gratis Muskelaufbau, ganz nebenbei. Doch es geht nicht immer nur um körperliche Stärke. Kleine tägliche Bewegungen wie ein paar Dehnübungen, ein entspannter Spaziergang oder ein paar Minuten Yoga können wahre Wunder wirken. Es sind diese scheinbar einfachen Momente, die uns mit frischer Energie versorgen, die Gelenke beweglich halten und die Haltung verbessern. Und das Beste? Ihr Gehirn bekommt durch die Bewegung einen ordentlichen Endorphinschub. Diese wunderbaren Glückshormone, die für gute Laune und Entspannung sorgen. Egal wie klein der Aufwand ist, diese Investition in die eigene Gesundheit zahlt sich aus. Es ist, als ob sie ihrem Körper täglich ein kleines Dankeschön schenken. Danke, dass du so viel für mich leistest. Aber ein vitales Leben ist nicht nur eine Frage von Bewegung und Aktivität. Auch das Zusammensein mit anderen Menschen ist essentiell. Wann haben sie das letzte Mal herzhaft mit einem guten Freund gelacht? Solche Momente sind wie Balsam für die Seele. Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, stärkt nicht nur die emotionale Bindung, sondern ist auch eine mentale Übung. Gespräche regen das Denken an, fördern die Kreativität und schärfen das Gedächtnis. Gleichzeitig erinnern uns diese Begegnungen daran, wie wichtig es ist, verbunden zu bleiben. Besonders in einer Welt, die manchmal von Distanz und Isolation geprägt ist. Beziehungen sind wie ein Sicherheitsnetz, das uns hält, selbst wenn das Leben uns herausfordert. Ob beim Autofahren, im Garten, beim Tragen von Einkaufstüten oder bei einem netten Plausch mit Freunden. All diese kleinen Momente summieren sich zu einem großen Ganzen. Es sind die scheinbar einfachen Dinge, die das Leben reich und erfüllend machen. Sie zeigen, wie stark, unabhängig und lebendig sie wirklich sind. Und wenn sie diese Gelegenheiten bewusst wahrnehmen, werden sie feststellen, dass sie nicht nur ihr Leben gestalten, sondern auch täglich neu erleben. Ein aktives Sozialleben ist Balsam für Geist und Seele. Mit anderen Menschen zu reden, gemeinsam zu lachen oder einfach nur Zeit zu teilen, hält nicht nur das Gehirn auf Touren, sondern schenkt auch ein wohliges Gefühl der Verbundenheit. Freundschaften und Familienbande wirken wie ein Sicherheitsnetz, das den Alltag aufwängt, selbst wenn er turbulent wird. Studien belegen Wer regelmäßig soziale Kontakte pflegt, lebt nicht nur glücklicher, sondern oft auch länger. Wenn du also schon ein Meister des Miteinanders bist, dann feiere jeden Moment, den du mit deinen Lieben verbringst. Denn diese Verbindungen sind Gold wert. Doch es geht nicht immer nur um körperliche Stärke. Kleine tägliche Bewegungen wie ein paar Dehnübungen, ein entspannter Spaziergang oder ein paar Minuten Yoga können wahre Wunder wirken. Es sind diese scheinbar einfachen Momente, die uns mit frischer Energie versorgen, die Gelenke beweglich halten und die Haltung verbessern. Und das Beste? Ihr Gehirn bekommt durch die Bewegung einen ordentlichen Endorphinschub. Diese wunderbaren Glückshormone, die für gute Laune und Entspannung sorgen. Egal wie klein der Aufwand ist, diese Investition in die eigene Gesundheit zahlt sich aus. Es ist, als ob sie ihrem Körper täglich ein kleines Dankeschön schenken. Danke, dass du so viel für mich leistest. Aber ein vitales Leben ist nicht nur eine Frage von Bewegung und Aktivität. Auch das Zusammensein mit anderen Menschen ist essentiell. Wann haben sie das letzte Mal herzhaft mit einem guten Freund gelacht? Solche Momente sind wie Balsam für die Seele. Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, stärkt nicht nur die emotionale Bindung, sondern ist auch eine mentale Übung. Gespräche regen das Denken an, fördern die Kreativität und schärfen das Gedächtnis. Gleichzeitig erinnern uns diese Begegnungen daran, wie wichtig es ist, verbunden zu bleiben. Besonders in einer Welt, die manchmal von Distanz und Isolation geprägt ist. Beziehungen sind wie ein Sicherheitsnetz, das uns hält, selbst wenn das Leben uns herausfordert. Ob beim Autofahren, im Garten, beim Tragen von Einkaufstüten oder bei einem netten Plausch mit Freunden. All diese kleinen Momente summieren sich zu einem großen Ganzen. Es sind die scheinbar einfachen Dinge, die das Leben reich und erfüllend machen. Sie zeigen, wie stark, unabhängig und lebendig sie wirklich sind. Und wenn sie diese Gelegenheiten bewusst wahrnehmen, werden sie feststellen, dass sie nicht nur ihr Leben gestalten, sondern auch täglich neu erleben. Ein aktives Sozialleben ist Balsam für Geist und Seele. Mit anderen Menschen zu reden, gemeinsam zu lachen oder einfach nur Zeit zu teilen, hält nicht nur das Gehirn auf Touren, sondern schenkt auch ein wohliges Gefühl der Verbundenheit. Freundschaften und Familienbande wirken wie ein Sicherheitsnetz, das den Alltag auffängt. Selbst wenn er turbulent wird. Studien belegen, wer regelmäßig soziale Kontakte pflegt, lebt nicht nur glücklicher, sondern oft auch länger. Wenn du also schon ein Meister des Miteinanders bist, dann feiere jeden Moment, den du mit deinen Lieben verbringst. Denn diese Verbindungen sind Gold wert. Schon mal daran gedacht, wie befriedigend es sein kann, kleine Pannen im Haushalt selbst zu lösen? Ob du eine kaputte Glühbirne ersetzt, einen klemmenden Schrank reparierst oder ein quietschendes Türscharnier ölst. Solche Alltagsprojekte sind wie Mini-Abenteuer. Sie erfordern Geschick, Geduld und einen Hauch von Kreativität. Und wenn die Aufgabe gemeistert ist, ist das nicht nur praktisch, sondern auch ein kleiner Sieg über das Chaos des Lebens. Du beweist dir selbst, dass du alles im Griff hast. Bonus! Deine Fingerfertigkeit schärft gleichzeitig auch dein Denkvermögen. Also, Werkzeug raus! Sei der Held deiner vier Wände. Lesen ist wie ein Fitnessstudio für den Geist, nur bequemer. Ob du in einen Roman eintauchst, einen Artikel verschlingst oder ein paar Nachrichten auf dem Handy scrollst, du trainierst dabei Fokus, Gedächtnis und Fantasie. Und das Beste daran? Jedes Buch, jede Seite und jeder Satz eröffnet dir neue Perspektiven und schenkt dir ein Ticket zu Orten und Ideen, die du sonst nie erleben würdest. Lesen ist eine Art zu reisen, ohne Koffer zu packen. Aber auch geistig macht es dich stark, denn es bewahrt deinen Kopf vor Langeweile und Stillstand. Wenn du ein Leser bist, dann genieße dieses Abenteuer in vollen Zügen. Technologie ist die Superkraft unserer Zeit und du hast sie in der Hand. Ob du eine neue App ausprobierst, per Videoanruf einen Freund erreichst oder soziale Netzwerke erkundest, du zeigst, dass du am Puls der Zeit bleibst. Es ist erstaunlich, wie die digitale Welt dir hilft, Verbindungen zu stärken und Neues zu lernen. Jedes Rezept, das du googelst, jedes Video, das dich inspiriert, ist ein Schritt in Richtung geistige Flexibilität. Und hey, es fühlt sich gut an zu wissen, dass die Welt nur einen Klick entfernt ist. Von Freundschaften über Hobbys bis zu jeder Menge Wissen. Schlaf ist nicht einfach nur Schlaf, er ist dein persönlicher Reset-Knopf. Während du träumst, arbeitet dein Körper auf Hochtouren. Dein Immunsystem tankt auf, dein Gehirn sortiert Erinnerungen und deine Gedanken bekommen eine wohlverdiente Pause. Guter Schlaf ist wie ein Akku, der dich für den nächsten Tag auflädt. Wenn du morgens erfrischt aufwachst, schützt du nicht nur dein Herz und deine Gesundheit, sondern hebst auch deine Stimmung und deine geistige Klarheit. Also, wenn du bereits einen festen Schlafrhythmus hast, feiere das, denn du investierst damit in dein eigenes Wohlbefinden. Deine Finanzen selbst im Griff zu haben, fühlt sich an wie Kapitän eines stabilen Schiffes zu sein. Du entscheidest, wo das Geld hinfließt, wann gespart wird und ob ein Teil investiert wird. Das gibt dir nicht nur Sicherheit, sondern auch ein Gefühl von Freiheit und Kontrolle. Dabei geht es nicht nur um Zahlen. Es ist eine Kunst, den Überblick zu bewahren und clever zu planen. Jede gute Entscheidung, die du triffst, macht dich unabhängiger und selbstbewusster. Also, sei stolz auf dich, wenn du die Finanzen meisterst. Das ist echte Lebenskompetenz. Das Leben hält unzählige Chancen bereit, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und an Herausforderungen zu wachsen. Und das völlig unabhängig vom Alter. Es geht nicht nur darum, den Alltag zu bewältigen oder To-Do-Listen abzuhaken. Vielmehr ist die Frage, wie können wir diese Herausforderungen als Sprungbrett nutzen, um unser Leben bewusst und aktiv zu gestalten. Wenn sie ihre Finanzen im Griff haben und Entscheidungen klug treffen, erledigen sie dabei nicht nur die Pflicht. Nein, sie bringen gleichzeitig ihr Gehirn auf Trab, schärfen ihren Verstand und trainieren ihr Gedächtnis. Sie bleiben fokussiert, halten an ihren Zielen fest und genießen dieses wunderbare Gefühl. Sie sind bereit für alles, was kommt. Interessant dabei ist, dass Finanzplanung weit mehr ist als nüchterne Zahlen und Listen. Es zeigt ihre Eigenständigkeit und gibt ihnen die Freiheit, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Freiheit heißt, mit wachen Augen zu planen und mit klaren Entscheidungen voranzugehen. Und genau diese Fähigkeit, die Zügel in die Hand zu nehmen, verleiht ihrem Alltag eine Dynamik, die nicht nur ihnen selbst, sondern auch den Menschen um sie herum gut tut. Das Älterwerden löst bei vielen Menschen gemischte Gefühle aus. Doch was wäre, wenn sie diesen Prozess wie ein spannendes Buch betrachten könnten? Jede Lebensphase ein neues Kapitel, gefüllt mit unvergesslichen Geschichten und kostbaren Momenten. Wenn sie das Altern mit Gelassenheit und Freude annehmen, schaffen sie es, die tiefgründigsten und schönsten Seiten dieses Buches zu schreiben. Mut und Optimismus, gerade in späteren Jahren, sind beeindruckende Qualitäten. Es braucht Stärke, um Herausforderungen in Chancen zu verwandeln und die kleinen, oft unscheinbaren Freuden des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Eine positive Einstellung zum Alter zu entwickeln, ist wie ein Wellnessprogramm für Geist und Seele. Studien zeigen, dass Optimismus nicht nur Stress reduziert, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden stärkt. Es ist eine Entscheidung, die sie bewusst treffen. Ich werde das Beste aus jedem Moment machen und meine Erfolge, ob groß oder klein, feiern. Wer das Alter mit Offenheit und Freude lebt, bleibt neugierig, entdeckt immer wieder Neues und wird zu einer Quelle der Inspiration für andere. Eine andere Facette, die häufig unterschätzt wird, ist die Art, wie wir uns selbst sehen. Sich Zeit für sich zu nehmen, sei es für ein gepflegtes Äußeres, eine passende Kleidung oder eine neue Frisur, ist weit mehr als Eitelkeit. Es zeigt, dass sie sich selbst wertschätzen. Sich um sein Äußeres zu kümmern, hebt die Stimmung, stärkt das Selbstbewusstsein und gibt ihnen das Gefühl, ich bin bereit für diesen Tag. Gleichzeitig signalisiert es ihrer Umgebung, dass sie sich lebendig fühlen und das Leben mit Freude annehmen. Es ist ein stiller, aber kraftvoller Ausdruck von Lebenslust. Die Energie und Vitalität, die sie in sich tragen, sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis zahlreicher bewusster Entscheidungen, die sie im Laufe ihres Lebens getroffen haben. Mit 70, 80 oder mehr Jahren aktiv und voller Tatendrang zu sein, ist ein Zeugnis für ein Leben, das mit Leidenschaft und Achtsamkeit geführt wurde. Jede Fähigkeit, die sie beherrschen, ist wie ein Meilenstein ihrer Reise. Und genau diese Reise zeigt, dass ein erfülltes Leben nicht von der Zahl der Jahre abhängt, sondern davon, wie sie sie gestalten. Dankbarkeit spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Wenn Sie die Welt mit einem dankbaren Herzen betrachten, erkennen Sie die kleinen Wunder des Alltags. Diese Haltung bewahrt Sie vor negativen Gedanken und hilft Ihnen, selbst schwierige Zeiten mit Hoffnung und Gelassenheit zu meistern. Altern ist nicht das Ende, sondern eine Gelegenheit, die Welt mit neuen Augen zu sehen, intensiver, bewusster und oft auch gelassener. Es ist das Ergebnis vieler kleiner, kluger Entscheidungen. Sich um den eigenen Körper zu kümmern, den Geist wach zu halten, Freundschaften zu pflegen und die Lust am Lernen niemals zu verlieren. Indem Sie Ihre Erfolge, wie klein Sie auch sein mögen, feiern, geben Sie Ihrem Leben Glanz und Bedeutung. Es kommt nicht darauf an, wie viele Jahre Sie zählen, sondern darauf, wie Sie diese Jahre mit Sinn füllen. Ihre Fähigkeit, den Tag mit Begeisterung anzugehen, Herausforderungen zu meistern und Freude zu finden, macht Sie zu einer Quelle positiver Energie. Vergessen Sie nie, das Alter ist wirklich nur eine Zahl. Was zählt, ist die Strahlkraft, die Sie in die Welt bringen. Ihre Vitalität ist inspirierend und Ihre Fähigkeit, mit Dankbarkeit und Zielbewusstsein zu leben, berührt andere. Also, machen Sie weiter. Schreiben Sie neue Kapitel und lassen Sie die Schönheit des Lebens in jedem Moment aufblühen. Sie sind der Beweis dafür, dass das Leben in jedem Alter aufregend und erfüllend sein kann. Eine wahre Quelle des Staunens und der Freude.